Toll, jetzt gehen sie schon über in den Trab. Mein Käppi macht natürlich nur Blödsinn, kapiert nix. Aber schon beim zweiten Termin probieren sie es. Toll. Das ist für meinen Käppi, glaube ich, ein ganz gutes Training, was auch Erziehung und Hören und bei einem Bleiben betrifft. Der hat heute zumindest was fürs Gehirn. Und ihr seht, wenn der antreibt, macht er diese komischen Bewegungen. Und das würde hier alles blockieren. Das heißt, es würde auch fürs Führen am Strick uns einiges erleichtern, wenn er da erzogen wird. Das ist super, weil er muss sich endlich auch mal benehmen und darf nicht immer diese Sprünge machen. Oder jetzt hier die Wechsel links, rechts. Er muss auf einer Seite bleiben. Also ganz toll, was Lisa uns da ermöglicht. Mein V-Laut-Dubbel ist ja auch nicht so der Renner. Da, diese Sachen, die müsste er lassen. Ich bin so dankbar, dass sie uns so hilft. Es wird ja sonst keiner sich die Zeit nehmen. Man setzt da richtig Arbeit mit.